Hey Leute! Schon letztes Jahr hat sich Samsung dazu entschieden, die beliebte Galaxy Note-Reihe einzustellen und sich nur noch auf die S-Reihe zu konzentrieren, so dass es jetzt eben ausschließlich das normale S22, S22 Plus und S22 Ultra gibt. Letzteres soll von diesen drei Smartphones das Flaggschiff aller Flaggschiffe sein, bei welchem man quasi überhaupt keine Abstriche machen muss. Das Spannende daran, das Samsung Galaxy S22 Ultra könnte dieses Jahr einem Note ähnlicher nicht sein. Ich weiß, ich weiß, ihr wisst was kommt, richtig. Ein riesengroßes Dankeschön an meinen langjährigen Partner NotebooksBilliger.de, die mich auch in diesem Video wieder unterstützt und mit dem Samsung Galaxy S22 Ultra ausgestattet haben. Schon bei den normalen S22 Modellen hat Samsung einen echt guten Job gemacht und auch beim S22 Ultra machen sie hier natürlich keine Ausnahme. Das Design ist erwachsen und extrem hochwertig. Angefangen mit dem glänzenden Amor-Aluminium-Rahmen, über die matte Glasrückseite, welche Fingerabdrücke quasi überhaupt nicht anzieht, bis hin zum Kamerasystem. Es ist nicht wie mittlerweile beim Großteil aller Smartphones ein Kameraelement, in welchem die Kameras versenkt sind, sondern jede einzelne Linse ragt separat oben links aus der Rückseite hervor. Ich persönlich finde das sehr schick, gerade weil das Auftreten dadurch etwas dezenter ist. Das S22 Ultra gibt es in vier verschiedenen Farben. Da wäre einmal weiß, die Farbe, die ich besitze, schwarz, burgunder und eine Art dunkles Grün. Was mir sofort auffiel, als ich das Ultra zum ersten Mal auspackte, war, dass es trotz seiner derarten Größe überraschend weich sowie angenehm in der Hand liegt. Leute mit kleinen Händen werden es aber dennoch sehr schwer haben, das S22 Ultra auch nur ansatzweise mit einer Hand zu bedienen. Die verbauten Stereo-Lautsprecher sind die besten, die es je in einem Samsung-Smartphone gab. Denn nicht nur können sie verdammt laut werden, sondern klingen auch noch dazu echt gut und vor allem voll. Neben dem Lautsprecher auf der Unterseite versteckt sich aber noch etwas, nämlich der S-Pen, welcher durch leichtes Drücken durch einen Druckknopf zum Vorschein kommt. Ja, der S-Pen ist jetzt im S22 Ultra und feiert somit, nachdem es kein weiteres Note-Modell mehr geben wird, in einem S-Modell sein Comeback. Was mich sehr gefreut hat, ist, dass es trotz der kleinen Öffnung für den S-Pen nach wie vor eine Wasserfestigkeit gibt. Genauer gesagt handelt es sich hier um die IP68 Zertifizierung. Schon beim normalen S22 Modell habe ich es angesprochen und auch beim Ultra möchte ich es nicht unter den Tisch kehren. Denn der Vibrationsmotor ist im Vergleich zum Vorgänger nochmal so viel besser und vor allem hochwertiger geworden. Jede noch so kleinste Vibration fühlt sich jetzt vielmehr nach einem Tippen und Klicken ins Handgelenk an und sorgt somit an jeder Ecke der Bedienung für ein angenehmes haptisches Feedback. Man könnte diesen Punkt mit einem Satz abhaken, denn dieses Display ist ohne zu übertreiben das Beste auf dem Markt. Durch seine 4D Plus Auflösung mit einer PPI von 500 sowie einer Helligkeit von 1200 Nits und 1700 Nits Peak ist es nicht nur gestochen scharf, sondern kann auch extrem hell werden und durch seine 6,8 Zoll könnte es eigentlich monströser nicht sein. Ich hatte echt das Gefühl einen kleinen Monitor mit mir herumzutragen. Natürlich ist es somit denke ich kein Geheimnis mehr, dass es mit diesen Voraussetzungen unfassbar viel Spaß macht Videos auf dem Display anzusehen oder allgemein Inhalte zu genießen. Aber das war es noch nicht, denn was natürlich bei einem Flaggschiff aus dem Jahr 2022 nicht fehlen darf, ist natürlich eine hohe Bildwiederholrate. Im Fall des Ultras sind es natürlich satte 120 Hz, welche adaptiv und dank LTPO 2.0 Technik somit von 120 bis runter auf 1 Hz drosselbar sind. Eben je nach angezeigten Inhalt. Das Frontdesign an sich setzt sich aus ganz leicht abgerundeten Kanten links und rechts sowie allgemein dünnen Displayrändern zusammen. Besitzt allerdings leider nicht wie das normale S22 Geschwisterchen vier perfekt gleichmäßig dünne Displayränder, denn das Kinn ist minimal dicker als die anderen drei Seiten. Gerade bei einem Flaggschiffsmartphone wie es das S22 Ultra sein soll, hätte ich das eigentlich schon erwartet. Der unterm Display verbaute Ultraschall-Fingerabdrucksensor sollte aber natürlich nicht vergessen werden und gehört ohne Zweifel zu einem der besten Sensoren auf dem Markt. Sodass er das S22 Ultra natürlich dementsprechend unglaublich schnell sowie zuverlässig entsperrt. Samsung verbaut hier ihren eigens zusammen mit AMD entwickelten Exynos 2200 Prozessor, welchem 8 GB RAM bei der 128 GB und 12 GB RAM ab der 256 GB Variante zur Seite stehen. Auf dem Papier und auch im Geekbench-Test schneidet der Snapdragon 8 Gen 1, welcher eigentlich in fast allen anderen Ländern im S22 Ultra verbaut ist, etwas besser als der hauseigene Exynos ab. Allerdings ist Samsungs eigener Prozessor dafür etwas stromsparender und wie schon erwähnt sind die Unterschiede bei der CPU zwischen diesen beiden Prozessoren nicht drastisch. In Zahlen erreicht der Snapdragon 1213 Punkte im Single und 3765 Punkte im Multicore. Der Exynos da hingegen etwas weniger, nämlich im Single-Core nur 1146 und im Multicore 3534 Punkte. Bei der GPU ist der Unterschied aber dann doch etwas größer. Genauer gesagt ist der Snapdragon hier mehr als 30% stärker. Aber wie ist denn jetzt die Performance im Alltag? Nun ja, als das Note 22, äh ich meine natürlich S22 Ultra, auf den Markt kam, gab es viele Stimmen, die von immensen Performance-Problemen berichtet haben. Ein wenig später kam dann ein Update, welches besagte Probleme spürbar verbesserte, aber perfekt war es immer noch nicht. Jetzt knapp zwei Monate und ein paar weitere Updates später kann ich zu diesem Zeitpunkt des Videos sagen, dass die Performance noch mal besser wurde und vor allem so unnötig kleine Ruckler wie zum Beispiel beim Öffnen von Apps sich komplett verabschiedet haben. Mittlerweile kommt es also nur noch ganz ganz selten vor, dass irgendetwas nicht so läuft, wie es laufen sollte. Auf der einen Seite finde ich es also sehr beruhigend, dass es Samsung durch Updates geschafft hat, die Performance doch noch zu retten, aber auf der anderen kann ich es einfach nicht verstehen, warum man ein Smartphone auf den Markt bringt, was erst nach einiger Zeit und ein paar Updates später seine volle Leistung entfalten kann. So sollte es eigentlich nicht sein. Was aber definitiv sein sollte, ist eine lang vorhandene Update-Unterstützung, welche man bei Samsung auch bekommt. Erstmals gibt es ganze vier Jahre die neuesten Updates. Bedeutet so lange wie bei quasi keinem anderen Android-Gerät. Was ich sehr begrüße und ich muss zugeben, ich bin hier von Samsung positiv überrascht. Auf dem Ultra läuft natürlich selbstverständlich Android 12 mit der eigens entwickelten Oberfläche One UI 4.1. Android 12-typisch gibt es hier auch natürlich Material U, bedeutet die Farben vieler Icons und Widgets passen sich dem ausgewählten Hintergrundbild an und auch allgemein haben sich hier und da schöne kleine optische Veränderungen wie zum Beispiel das Symbole runder bzw. organischer wirken eingeschlichen. Viele neue Animationen gibt es aber auch, welche das Bedienerlebnis in einigen Situationen noch intuitiver machen. Ach ja, fast vergessen! Am unteren Rahmen gibt es ja noch den schon vorhin erwähnten S-Pen. Er besitzt dieselben Funktionen wie auch noch im Note. Sodass man mit ihm zum Beispiel auf dem Always-On-Display schreiben, ihn als Fernauslöser beim Schießen von Fotos nutzen, einzelne Bereiche auf dem Display auswählen und somit nur vom ausgewählten Bereich einen Screenshot machen kann und beim Surfen fungiert er wie wenn man am Computer mit der Maus über bestimmte Schaltflächen geht, sodass das Browsen noch einfacher ist. Aber natürlich kann man mit ihm auch ganz simpel zeichnen und skizzieren. Was sich durch seine Latenz von nur 2,8 Millisekunden unglaublich gut anfühlt. Immer wieder ist das eines der spannendsten Themen bei aktuellen Smartphones und auch bei dem S22 Ultra gibt es hier keine Ausnahme. Verbaut wurde eine 108 Megapixel Haupt-, 12 Megapixel-Ultraweitwinkelkamera und zwei Telekameras mit jeweils 10 Megapixeln und einmal einer 2 4er sowie 4 9er Blende, welche außerdem einen einmal dreifach optischen und einmal zehnfach optischen Zoom besitzen. Wichtig zu erwähnen ist noch, dass alle vier verbauten Sensoren im Vergleich zum Vorgänger komplett neu sind, was in Kombination mit der neuen Signalverarbeitung dazu führt, dass die Ergebnisse dementsprechend noch mal deutlich besser wurden. Aber lasst uns mal ganz von vorne mit dem Hauptsensor anfangen. Durch seine 108 Megapixel und der neuen Super Resolution Technik sind die Ergebnisse natürlich unglaublich scharf, die Dynamik immer sehr hoch und auch die Farben sagen mir sehr zu, egal in welchen Lichtverhältnissen man sich gerade befindet. Was man vor allem dem sehr schnell auslösenden Nachtmodus verdanken kann. Samsung hat sich dieses Jahr auch dazu entschieden, dass ihre Ergebnisse zwar immer schön hell und vor allem fröhlich werden, haben aber trotzdem den Kontrast angehoben, sodass schwarze Bereiche wirklich schwarz sind. Was dafür sorgt, dass man einen Look bekommt, der einem natürlich gefallen muss. Mir persönlich sagt er aber sehr zu. Durch die zwei neuen Telekameras ist Samsung jetzt offiziell der Smartphonehersteller mit dem besten Zoom. Keine Frage. Ich meine, es ist doch echt verrückt, wie gut sowohl die Ergebnisse mit dem dreifach optischen als auch zehnfach optischen Sensor sind. Schöne Farben, hohe Dynamik und eine ausreichende Schärfe. Was will man mehr? Gerade, dass man auch die Möglichkeit hat, zwischen so vielen unterschiedlichen Brennweiten zu wechseln und deutlich näher an Objekte heranzukommen und das verlustfrei ist einfach nur genial. Bis zu dreißigfach digital kann man die Ergebnisse auch durchaus noch verwenden und der hundertfache Zoom ist zwar extrem beeindruckend, aber die Bilder, die damit entstehen, würde ich jetzt nicht mehr irgendwo posten. Der 12 Megapixel Ultraweitwinkel ist, was die Ergebnisse angeht, genauso gut wie auch die anderen drei Sensoren, bedeutet schöne Farben, eine hohe Schärfe und nahezu immer eine sehr gute Dynamik und das auch in schlechteren Lichtverhältnissen. Außerdem besitzt er einen Autofokus und Makro-Modus, was ihn gleich so viel besser macht, da genau diese beiden Punkte bei vielen Flaggschiff-Smartphones immer noch fehlen. Videos kann man natürlich auch aufnehmen und das in 4K bis zu 60fps und 8K bis zu 24fps. Egal für welche Auflösung man sich aber letztendlich entscheidet, die Videos sind erstklassig und vor allem im 4K-Videomodus dank Stabilisierung quasi wackelfrei. Ihr merkt also, dieses Kamerasystem ist eine ganz schöne Ansage an alle anderen Smartphones und kann deswegen ganz weit oben mitspielen. Verbaut wurde hier trotz der ganzen Technik und einem S-Pen ein 5000mAh großer Akku, der in Kombination mit dem stromsparenden Exynos-Prozessor für eine gute Akkulaufzeit sorgen sollte. Und das tut er auch. 5 bis 6,5 Stunden Bildschirmnutzungszeit sind eigentlich immer drin, was für die Größe des Akkus durchaus solide Werte sind. Aufgeladen wird dann mit Kabel und extra erhältlichem 45-Watt-Netzteil, nachdem diese ja nicht nur im Lieferumfang beiliegen, in 30 Minuten auf ca. 70%. Wie schon so oft erwähnt sind hier Oppo, Oneplus, ja sogar Xiaomi so viel weiter vorne und Samsung muss wirklich gucken, dass sie in punkto Laden nicht den Anschluss verlieren. Wireless und Reverse Wireless Charging ist natürlich mit an Bord. Für einen Einstiegspreis von 1230 Euro, ich weiß das ist ultra viel Geld, ich hoffe der Wortwitz kam an, bekommt man also extrem viel geboten. Und das S22 Ultra ist vor allem deswegen so attraktiv, weil es im Verhältnis zu dem, was es alles bietet, sehr wenig Abstriche macht. Ich meine, fassen wir mal zusammen. Ein geniales und vor allem hochwertiges Design, das beste Display auf dem Markt, eine mittlerweile wirklich gute Performance, die nur bei der GPU-Leistung etwas schwächer als der direkte Snapdragon-Konkurrent ist, ein S-Pin, den man, wenn man ihn einmal hatte, echt lieben lernt, ein Kamerasystem, welches es so wie es im S22 Ultra verbaut ist, nirgendwo ein zweites Mal gibt und eine solide Akkulaufzeit. Es ist natürlich keine Frage, dass das S22 Ultra eigentlich fast nur für Enthusiasten ist. Aber wer sich traut, das Geld in die Hand zu nehmen, wird keinesfalls enttäuscht und hat sehr lange sehr viel Spaß mit diesem Smartphone. Ach ja, und große Hände wären für dieses Gerät eine optimale Voraussetzung. See you! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!